Es gibt neue Informationen zu der 25th Anniversary TIN. Ich hätte nicht gedacht, dass wir über die TIN reden, bevor die Creator online sind, aber es ist ein Uncut-Sheet aufgetaucht von so ziemlich allen Prismatic Secret Rares, die wir in der TIN bekommen. Ich werde euch den Sheet hier obviously nicht zeigen, aber den könnt ihr, wenn ihr googelt, relativ einfach finden. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, ein Uncut-Sheet ist im Endeffekt Karten, die schon gedruckt sind, aber nicht ausgestanden sind. Das heißt, wir wissen jetzt 70 von den Parallel-Secret Rares, die wir bekommen werden, wenn der Uncut-Sheet real ist. Wenn man sich den anguckt, sieht der extrem real aus, also gehe ich mal davon aus, dass das wirklich halt ein Leak ist, der legit ist. Das sehe ich, by the way, nicht nur ich so, sondern auch Kart-Cluster, denn die haben die Karten auch schon auf Kart-Cluster rausgehauen. Wir gehen noch einmal ganz kurz zur TIN, was nämlich eigentlich drin sein sollte. Wir sehen hier Karten aus Battle of Chaos, Dimension Force, Darkwing Blast, Tactical Masters, The Grand Creators and more. Wir haben an diesem entnommen, dass wir Karten aus The Power of the Elements nicht sehen werden, weil sie es hier nicht explizit erzählt haben. Allerdings, wenn wir uns die Leaks angucken, werden wir feststellen, dass ein paar Karten aus Poaches doch reingeschafft haben. Klar, ein paar sind verbannend, aber da sprechen wir mal drüber. Hier sind sie einmal, unsere 70 Leaks von den Prismatic Seagrillas. Und ich muss sagen, ja, die TIN wird besser, als ich erwartet habe, denn ein paar der Brote Karten sind natürlich richtig gut. Und da würde ich sagen, wir gehen mal so ein bisschen auf die Karten, die einige drin sind, von denen, mit denen wir gerechnet haben, logischerweise. Denn Darkwing Blast und die ganzen anderen Sachen, über die wir alle gerechnet haben, das war jetzt nichts Neues. Und klar, dass die alle hier drin sind. Und so wie wir es erwartet haben, kriegen viele von den Karten auch einfach ein Upgrade. Heißt, wir sprechen mal ganz kurz über die Karten, die hier drin sind. Da kommen obviously Ariana und Ariana. Die waren hier beide im Set drin. Logischerweise kommen die da auch dann raus. Ist ja auch ein genanntes Set. Dann haben wir Karten wie das Blue Ice Ding hier. Den Jet Dragon, den ich persönlich nicht erwartet habe, sondern ich lasse dir den skippen, den haben die nicht gemacht. Druid Swarm, Magna Moods und Saroneer bekommen alle Parallel Secret Rares. Und, ganz wichtig natürlich, auch natürlich Lubellion. Die bekommt auch ein Reprint. Dadurch wird die ja deutlich günstiger und dadurch accessible für mehr Decks. Ist auf jeden Fall ein cooler Reprint. Die war ja in Dark Moon Blast drin. Und wenn wir hier weiter gucken, kriegen wir Makinex logischerweise auch. Der Romacane kennen, auch eine ganz coole Karte. Reksterm als Parallel Secret Rares. Die Resia, das komischte Neos Ding. Dann Exorcist da Elis und die Rene und Marta. Sowie die Spell und eigentlich so ziemlich alle Exorcist-Karten. Und was mich überrascht hat, ist, dass wir hier Fate will Adventure auch kriegen. Denn die Karte hat ja kein Reprint gehabt in dem Set, wo die ganzen Adventure Karten reprint wurden. Aber hier ist die mit drin. Das heißt, die wird auf jeden Fall auch vom Preis her fallen. Was cool ist, weil dann wird die auch nicht mehr teuer sein. Weil die ging jetzt 10, 15 Euro, glaube ich, für eine Karte, die eigentlich nicht so unbedingt super relevant ist. Aber es gibt nicht nur den Reprint, da sprechen wir gleich drüber. Dann bekommen wir einmal den Print von der Flu Anneries-Karte. Das ist auch gut, dass ihr den bekommt. Das heißt, Flu wird dadurch halt ein Ultra-Budget-Deck. Und hier kommen wir zu einem der ersten Prote-Reprints. Wir kriegen Garura, Wings of Resonant Life. Garura, coole Karte, war ja eine TC-Exucive in Prote. Ist eine gute Karte, die aktuell so um die 25 Euro geht. Nach dem Reprint wird die wahrscheinlich an 5er gehen. Wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Aber coole Karte, cooler Reprint. Ich finde es schön, dass wir auf jeden Fall ein paar Prote-Karten bekommen. Dann bekommen wir logischerweise, wir sehen jetzt auch Runic-Karten. Das war uns ja klar, dass die Runic-Karten hier reprintet werden. Aber Hagen als Parallel-Seagal-Rear finde ich spannend. Dann bekommen wir auch Draco-Slayer und natürlich Illusion of Chaos. Und wir kriegen so ziemlich alle Cashierer-Karten in High-Rear. Sogar den Ogre. Fenrir, Unicorn, Shangri-Ira, Birth. Kriegen wir alle als Parallel-Seagal-Rears, was halt crazy ist. Dann die Lauren-Feel-Spell, die beiden Ladies. Der Korin ist irrelevant. Dann das komische Dark-Magician-Friend-Ding. Mark Cracker. Die Feel-Spell End-Punisher. Das komische Ding hier. Dann Adventure. Also Aramesia. Dann natürlich Tip und Fountain, beide als Parallel-Seagrear. Dann das Scareclaw-Link. Dann das ist Reichardt. Dann kriegen wir Try-Hardt. Dann bekommen wir den Zombie-Vampire. Dann Regulus, Lili-Borea. Und den Feel-Spell. Dann das Temeus-Ding, was halt klein juckt. Dann bekommen wir einmal Visa Starfrost. Und einmal auch Enchantress wieder als Parallel-Seagrear. Welcome Labyrinth. Und wir kriegen Selantis. Das sind jetzt 70 Karten. Das sind die High-Strarities aus der TIN. Macht es die TIN jetzt dadurch besser, dass wir jetzt ein paar Porto-Prints bekommen? Wir haben natürlich jetzt nur die Parallel-Seagrears gesehen. Da sind sehr viele gute dabei. Aber auch sehr viele, die ganz schön gehabelt sind. Also jetzt rein Value-Technisch. Natürlich, die Karten selber sind in den meisten Fällen wirklich ziemlich gut. Aber wenn wir jetzt nur Oga als Parallel-Seagrear ziehen, wird die jetzt kein Value haben. Weil die gibt es als Common. Ist ja kostet vielleicht 50 Cent. Wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Und Karten, die vorher kein Value hatten. Krass. Ich glaube, das ist der Value selber. Wenn ihr Sachen wie Rebellion Seed. Den Fountain. Dass das so Karten sind, die wirklich halt echt ein bisschen Geld bringen können. Nicht so super viel. Aber es sind gute Karten. Und wenn gute Karten dadurch günstiger werden, ist es per se nicht ein schlechtes Produkt. Nur kein gutes Produkt, um es selber zu kaufen. Alles in allem sage ich, ich finde es cool, dass wir da die Karten bekommen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wenn wir auch mehr von dem Set wissen. Denn ich werde die Creator-Openings kommen ja. Ich werde vielleicht eine Live-Reaction dazu machen. Mal gucken. Lasst mal auf jeden Fall mal ein Like da, wenn ihr mehr von der Mega-Tin sehen wollt. Denn die ist also ein bisschen untergegangen in Rarity-Collection und Structure-Deck und Starter-Deck. Und das Set ist ein bisschen untergegangen. Aber die kriegen wir ja dieses Jahr noch. Und die wird gar nicht so bad. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Leute.